Ende nächsten Jahres werden die letzten Atomkraftwerke vom Netz gehen. Wie wird denn nun für den atomaren Müll ein vernünftiger, transparenter Suchprozess gestartet? Die Entscheidung für Gorleben war ja ehedem nicht aus wissenschaftlichen, nicht aus faktenbasierten Gründen und schon gar nicht transparent gefällt worden. Sie ist verordnet worden aus politischen Gründen und das ist im gesellschaftlich übergreifenden Konsens für falsch befunden worden. Man hat einen neuen Endlagersuchprozess vorgeschlagen und das hat dann die Bundesregierung und schließlich der Bundesgesetzgeber durch das Standortauswahlgesetz in großer Detailliertheit gesetzlich festgeschrieben. Es soll wissenschaftsbasiert, faktenbasiert sein und vor allem mit vollständiger Transparenz, damit jeder Schritt auf dem Entscheidungsweg für die Öffentlichkeit, für alle Beteiligten jederzeit klar und nachvollziehbar ist. Was man machen kann und was der Staat aus meiner Sicht auch zwingend machen muss, ist aus den Fehlern zu lernen und jedenfalls absolut offenlegen, welche Gründe zu einer Entscheidung geführt haben. Weil wir uns verständigt haben, dass es nicht um einen geeigneten Standort geht, sondern es geht um den bestmöglich geeigneten Standort. Und das ist das Kriterium, das ist der Maßstab. Auch hier, und das ist wichtig, es ist keine Lex Spezialis für Gorleben. Gorleben hat keinen Kredit bekommen, um auszuscheiden aus dem Suchprozess, sondern das gilt für andere Regionen auch. Die Menschen hier in der Region haben einen Anspruch darauf, dass nach den Jahrzehnten der gesellschaftlichen Auseinandersetzung nun nicht noch weiter Nebel gestreut wird. Alle Fakten liegen auf dem Tisch, die Entscheidungen sind gefallen, das Bergwerk wird geschlossen. Und wir kennen die Sorge der Menschen in dieser Region sehr gut, die über die Jahrzehnte erlebt haben, was es heißt, trotz guter Argumente, trotz großem Widerstand, aus diesem Fokus möglicherweise kommt Gorleben ja doch in Betracht, nicht rauszukommen. Es darf keine politische Entscheidung über einen Standort geben. Es muss die Entscheidung geben, wo ist der bestmögliche Standort, den wir haben. Von allen immer wieder klar gesagt wurde, genau das, nämlich diese wissenschaftliche Untersuchung, die hat eben damals in der Zeit zur Entscheidung Gorleben nicht stattgefunden. Es war eine politisch motivierte Entscheidung in der Frage, wo sind vielleicht weniger Menschen, wo ist vielleicht die Grenze, wo gibt es weniger Widerstand. Das ist auch eine Verantwortung, die die tragen, die damals diese politische Entscheidung getroffen haben, die dafür gesorgt haben, dass dieser Widerstand sich bildet, die aber auch dafür gesorgt haben, dass diese Region damit auch ehrlicherweise nie zur Ruhe und nie mit einem Blick nach vorne zur Zukunft gekommen ist. Im Widerstand sich gewehrt hat, gekämpft hat und, wenn wir das heute sehen, anhand der Ergebnisse nicht nur gekämpft hat gegen den Standort Gorleben, sie hat dagegen gekämpft, dass ein Standort, der ungeeignetes Standort für ein Endlager wird. Und dann gilt der ganz große Dank denjenigen, die am Ende auch Grundlage für die Entscheidung heute sind, die eben über Jahrzehnte dagegen gekämpft haben, mit Argumenten gearbeitet haben, Fragen gestellt haben. Aus meiner Sicht hat der Widerstand hier in der Region auch einen ganz elementaren Beitrag dazu geleistet, dass es zu einem solchen Standortauswahlgesetz und damit auch zu einem solchen Standortauswahlprozess gekommen ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020